5 Uhr oder kurz nachgespielt oder so. So. Du musst wieder da rein. Was? Dreht sich das jetzt die ganze Zeit, Leute? Das dreht sich, glaube ich, die ganze Zeit. Irgendwas. So. Zieh auf dieser Drehplattform im Bus. Mehr Vögel. Nein, keine Vögel. Im Bus. Im Bus. Diese Platte, wenn du, dieser Doppelbus, kenntst du das nicht? Das dreht sich ja nicht im Kreis. Jetzt dreht sich nicht über das, also das dreht sich ein bisschen, das dreht sich nicht im Kreis. Ich muss dabei sehr an diese, diese Platten denken, weißt du, wenn du so in Wasserparks bist, da wo du in die Boote reinsteigst, weißt du, weißt du nicht, dass du eine fette Platte ist, die sich im Kreis dreht. Oh, ich muss hier raus. Nein! Oh, warte nicht. Warte nicht, doch nicht. Warte, diese Scheißvögel, ne? Geht weg, Vögel! So, und damit hallo und jetzt willkommen. Zu Hell and Wake. Hallo. Mit Leon und mir. Und Schrotflinken. Geil, Mann. Geil. Nice Springs. Nice Springs, oder? Ja. Alter. Das waren Leons Huden. Das ganze Ding war kecht. Das ganze Springs. Okay. Heute Abend. Ein Mangel an Piotivität. Hallo, Martha. Was wolltest du mir zeigen? Olivia, wie gut, dass du da bist. Bitte, es ist im Keller. Oh, Martha. Oh, das ist fantastisch. Ja, nicht wahr. Ich habe es heute noch gesehen. Als ob es mich da wäre. Aber, oh, ich kann es nicht ansehen. Ja, äh, das tut mir leid. Oh, wo kommen Sie denn her? Nur, ich versuche zu arbeiten. Haben Sie das hergebracht? So ähnlich. Eigentlich habe ich alles hergebracht. Bis auch das. Wirklich? Aber was ist das? Oh, man könnte es wohl ein Loch nennen. Tatsächlich ist es ein Fehlen. Ein Fehlen von Realität. Na, was, Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja? Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas nicht Seltsames in den Keller. Ein toller Anfang. Aber jetzt bin ich völlig blockiert. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Na, das hier ist doch ein ganz normaler Keller. Ach, Herr Frischer. Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ah, äh, ich weiß nicht. Oh, na gut. Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann zu einer Handlungslücke werden. Könnte schon eine sein. Es würde alles zerstören. Oh je. Okay, hören Sie. Nichts für unruhend. Aber ich weiß nicht, wo das hinfällt. Und Sie helfen mir mit. Bringen Sie doch oben ein Fass in Kaffee, während ich überlege, wie es weitergeht. Tja, wenn Sie meinen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Ist das Schwachsinn? Ist das Schwachsinn? Oder nicht? Werden wir uns? Das liegt nur wenig. Zwischen umrein. Erhaben rein. Nein, Spreaks. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Anfangsfolgen waren besser. Die waren halt weirder. Die Folgen, die wir jetzt gucken, die sind mehr so... Ah, okay, aha. Ja, die alten Folgen waren echt ein bisschen... Hallo. Wir werden schnell abschütteln. Wir sind fast im Kraftwerk. Haufen Sie weiter. Wir geben Unterstützung. Ja. Geil. Schutz. Polizeischutz. Aber lass Barry nicht das Licht machen. Das war letztes Mal Kacke. Ey. Flieger kann. Boom. Oh, schakadaka. Sie hat sich voll in die Eier geschossen. Ich habe keine Eier. Das sind irgendwelche Monster aus der Dunkelheit. Ey. Hau doch nicht ab. Ich bin ja einfach froh. Würden Sie wissen, dass sie keine Eier haben? Nein, ich denke einfach. Also, keine Ahnung. Für mich ist es logisch, als wenn die Dunkelheit Eier hätte. Ich meine, die haben auch Kleidung, ne? Warum sollte die Dunkelheit Guter haben? Weil die hier stehen. Kann ich dich in diesem Licht heilen? Nein, natürlich nicht. Alter! Ja, Junge. Ich bin ja schon. Der Bier hart gegeben, ja. Ja, stimmt. Ich sollte mehr mit den Flares arbeiten. Junge, du dumme Stück Scheiße. Ach, hier, komm. Hier mal dieses abwechselnde Buttonsmashen von Nachladen und Schießen. Schießen, 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 schießen. Ach, nachladen, nachladen, nachladen. Nein! Alter! Hier hat er mich verfehlt. Alter, das ist voll der Haufen Clowns. Der Typ ist an dir vorbeigerannt. Ich sehe nichts. Und dann hat sein Kollege von hinten, als er das Werkzeug geworfen hat, hat er das dem Großen einfach gegen den Rücken geworfen. Und das ist auch gepreut. Sie sind auf jeden Fall richtig talentiert. Ach, komm. Wow, Alter. Na, der hat noch zwei Geoves, ne? Der Wahnsinn. Jetzt wird es aber kritisch hier. Alter. Könnte ich mal so langsam was haben, was nicht heilt? Licht, das nicht heilt. Zweiter, oder? Ja, lauf doch. Ich dachte, das Ding, das Ding ist gerade auch vor mir hergeflogen. Also, der Hubschrauber ist. Der wird schon mitkommen. Siehst du? Sind hier noch mehr Leute? Ne, vor mir. Schöne, Alter. Wie pisst euch da? Ah, dunkel laufen. Alter, was ist das? Was ist das hier? Ja. Achso, ja dann. Röhren Alter, Alter Junge Niklas wird abgestochen Ja, ja, alles klar Komm Haben wir noch Blendgranaten? Eine, toll Jetzt wird's kritisch mit Munition Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks Aber wahrscheinlich kommt jetzt doch erstmal nichts Es wies stets auf verborgene Vorräte hin Ich find's halt toll, dass die einem immer noch Immer noch Tipps geben, Alter Keinen Schritt weiter Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund Beweisen Sie's Äh, Sie könnten Zane, Thomas Zane Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song Sie können mir helfen Wird auch Zeit Immermann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie Na? Im hellen Raum Verzeihung Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkelzeug treiben können Der helle Raum ist beim Staudamm Dort ist der Gegenstand sicher Hilft ihr mir, Alice zu finden? Wink er mich zur Höhe zurück? Die Lampe Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen Nachts gegen den Husten Haben wir eigentlich nur mit Bekloppten zu tun Ich glaub, die Polizistin war die einzige, die nicht bescheuert ist von denen allen Die haben uns keinen klauen Ich mein, Barry ist auch nicht bescheuert, aber deshalb dumm Einen hellen Weg Ein altes Wasserrohr Klaurie Socken, Klaurie Socken Die kannst du bestimmt benutzen noch Wir klauen die erst mal Batterien Die ist etwas beschädigt worden Die ganze Reserveenergie wird abgezogen Ohne sie wird das Rohr dunkel sein Die Leitung zum Werk muss gekappt werden Und sie wollen das ich es tun Junge Mann, Sie sind derjenige, der keine Regeln bricht Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein Der Schalter befindet sich draußen Ich muss jetzt sinken, scheiß wie die Omi machen Die Leute dir so voll in die Fresse erst mal Dankeschön Omi Weißt du, dass das Schöne ist? Ich hab immer noch keine Munition für die Papa hier Brauchst du nicht Nee, alles gut Ja, mach ich schon Ja, genau Schnell, der Schalter ist an der Wand Richtung Küste Du reiht doch dein Maus Ist halt echt so Die Die Ische macht gar nichts, ja Die hat Angst vor der Dunkelheit Ist eine alte Dame Du musst sie beschützen Wie geil Die Alte sah irgendwas Das ist ein Warum kann ich denn jetzt Joach, denke ich Strum Strum Irgendwas kaputt Hinter mir war was Junge, nein, nicht ein schneller Ja Bitch Oh Oh shit Oh, ich dachte, der wär schon Aua Brauch Na gut Niklasis Kacke in dem Spiel Hey, gib dir ne Verblendkamera so Nein Nein Nicht gut Ich muss warten, bisschen mehr sind Hallo Oh Gott Alter, direkt hinter mir Ui Ich bin bei Das Ding geschlagen worden Das Ding geschlagen worden Das darfst du vielleicht nicht in dieses Stromding gehen Ja Hätte das öffne ich schon Alle Sekunde geschlagen worden Alle Sekunde gespart Alle Sekunde gespart Tschüss Als ob Was ist denn das für ein Witz? Warte, es muss Was ist denn das für ein Witz? Rüh durch kurz Warte Auch ein Drei Schuss Ey Die sehen echt ganz cool aus Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannberg zu kappen Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde Dunkelheit wartet in meinen Träumen Ja, aber was soll das bedeuten, Leon Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten Never go out at night Was steht da drüber? Rule one Hm Das gefällt mir nicht Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde Jetzt musste ich nur noch ranhören Wer dachte sich Ey, yo Lass die einfach Ganz nach außen An diesem scheiß Haaren geliefert Muss ich die jetzt Muss ich Ist das denn richtig? Witzespiel Was hast du es geschafft? Ich bin krass Du bist einfach zu intelligent für das Spiel Ja, anscheinend Oh man Der Entwickler dachte sich so Boah, alter Junge Wir machen den richtig fertig jetzt mit diesem Rätsel, ja Nicht mit mir Ja Ja, so roll ich über den Knopf, den Knopf und fertig So Alle drei nacheinander und dann nochmal den ersten Das hört sich nicht gut an Ähm, nochmal drücken Ey Was ist denn das für ein Scheiß? Wer entwirft sowas? Kann ich jetzt schnell da rüber rein? Ja Ja No Shit Rennen und spring Das Bumsbandberg versank ohne Strom in Dunkel Weevers Wasserbohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein Safe Haven Jetzt kommt doch safe irgendwas, oder? Oh, alter Ja Augen immer auf dem Bildschirm Hinter jeder Ecke Schirr für diese Kackteile oben Bumm Bumm Wie ich einfach hintereinander schütten konnte 3 4 Der ist so hab mich gezeigt Ich finde dafür soll sich aus die Kattensäge gehen Ich kann ne Segel? Oder? Geh mir die Treppe da hoch Wofür? Vielleicht ist da was Ach! da Ich wusste das Ich hab ne Kettensäge gewählt was getötet er hat auch mit kettensäge das sind schneller alter niklas ist im rampage mode ja nein das ist ein lappen alter der kann gar nichts warte ich muss nach dran oh alter der typ mit der säge haut ja voll rein ach so dass das wo du herkommst ich dachte ach so ja hast du es geschafft ja ich denke schon als ich meinte gehen wir da die treppe hoch dachte ich dass da was anderes wäre leute nicht guck doch mal da was in deinem missionsblock steht wenn sich das verändert hast du es so geschafft oder ich habe auch nur noch dafür vier schuss ich habe dafür wieder schuss wir müssen hier entlang ich kannte sie beide tom und barbara ich war so in ihm verliebt bin so ein schöner mann ich war eifersüchtig ich war ein teil von mir der vielleicht ein wenig froh war als sie den unfall hatten aber das geht nicht sie ist verrückt ich fange an es zu verstehen in dem fall junger mann sind sie vielleicht klüger als thomas war die hexe sah so aus wie sie aber sie war es nicht Barbara war so lieb er begriff zu spät und versuchte es ungeschehen zu machen schrieb sich selbst sie und alles das er je verpasst hatte aus der welt er war so berühmt und anschließend wusste das niemand mehr ja so ein schön teppich ne hingelegt ob ich hier rein kann nein kann ich natürlich ne ja wo muss ich das ja wenigstens ein bisschen schön einrichten weißt du sonst ist er komplett depressiv ich mein guck dir das mann sie sieht mit scheiße aus da so einen kleinen stuhl ich mein nicht ja hm hm wir sind Figuren gefangen in einer geschichte die sie geschrieben haben rotflinte gegen jagdgewehr ja er lebt keiner von uns das ende woher wissen sie das ne genau so fehlt natürlich auch achten siehst du ja ja aus der tiefe ich kann das gerne nochmal zeigen guck er hat uns beide mit dem Licht gerettet ok überzeugt es kreilt sich fest hinterlässt ein Maal was haben die da für einen fetten Bunker unten das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen ok ich muss meinen Freunden bescheid geben wo wir hingehen Hallo Al Barry wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm kräft uns dort ok ich danke Sarah ah Sarah also boah nein die scheiße von der Schiff ist das mit dem Schrauber dagegen oder Barry vielleicht irgendwann eine Idee auch wir müssen aussehen wie es ihnen geht die sind vermutlich tot sie müssen zu dem halben Raum gehen ah nicht so schlimm Barry scheiße das ist mein bester Freund und ein Idiot ja junger Alan schön seien sie ein Idiot ich nehm das Rohr ich treff sie am Staudamm falls sie es schaffen verdammt Alan du hattest es fast guck mal wie cool der Runde geschmack wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen sie wusste sich zu schützen ach Barry ich heisse dich falls du nicht tot willst ich bring dich um oh da ist eine Seite wo rechts hm oh da liegt das süß nicht mehr Sarah entspannte sich fast vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten werden plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge hunderte Vögel aus Schatten geformt flogen in die Rotorblätter der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete es verriet ihr was sie schon wusste sie würden abstürzen Barry Wheeler schrie neben ihr auf ach man Barry wie so ein kleines Mädchen so wo müssen wir denn eigentlich lang kannst du bitte die Karte benutzen und auch wenn mich da was zu fragen boah alter hast du mal einen krassen Stunt gesehen? der war wirklich krass ach ey wie kannst du mit so ein paar Vögel gegen fucking Schrauber gewinnen? sind die in die Rotorblätter geflogen wenn das ganz viele sind? aber die haben krasses Scheinwerfer die hätten einfach Scheinwerfern können und Barry hat auch selber geleuchtet wie sonst was oh wir hätten über den Baum laufen können das wäre voll die abgekittung gewesen ich bin keine Staker ja wo dann die in alle Vögel gekommen wären ja hätte ich die gut abwehren müssen ey nicht runter alter ich hör die doch die sind kein Viecher die sind kein Viecher das ist dumm ne das ist wirklich so ich bin richtig froh dass ich ich glaub heute hab ich einmal gegen solche gekämpft oder so aber ich glaube das Frag war leer sieht leer aus Barry ich glaub ich glaub das Frag ist leer gut gehen wir weiter ich mein wir sind umsonst aus dem sicheren Weg dahin gegangen aber gut für Barry was tun wir nicht alles da Barry Barry mit der Flairgun oder ja Barry alter gut halten ich komme gut halten ich komme das ist auch richtig fachenswürdig da kommen richtig viele ja wenigstens wir haben unsere kompetente Mitarbeiterin wieder stimmt leuchtet einfach nicht leuchtet einfach nicht guck mal so ne Horde gar kein Problem mit der ja und Barry war auch anwesend und Barry hat geleuchtet yay Barry gut 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 ich wusste du schaffst es so ein gelbes außerirdischen Blut wir sind nämlich auf die Erde gekommen vor tausenden von Jahren und haben so Kisten für die Menschen eingelegt ja Blut weißt das wir haben Aliens die so dunkelheit zu du hast Blut gesagt ich hab Blut verstanden nein Blut dann kam das ja komplett random was ich rausgehauen hab ja hab mich auch ein bisschen verwirrt Sprachbarriere und so ja wir sprechen auf zwei unterschiedliche Sprachen oh Gott hm scheint irgendwie nichts zu sein enttäuschend wie Barry huh wie ist die nochmal die ja nein in echt also im Spiel Sarah echt Sarah mag ich ja die ist auch tough alter hier ja ich witte der weiß nicht mal wie man trainieren buchstabiert Weiß der auch nicht. Wer ist Susie? Oh, das sind so richtig schnelle. Alter, wir werden richtig umzingelt gerade. Nichts bewegt sich so, das ist unmöglich. Ich meine, was habt ihr heute erlebt? Wir sind einfach immer wieder aufs Neue geflasht. Ich höre nur ausreden, 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 Leute. Ich warte mal, bis die... Alter! Da ist einer! Töt ihn! Kann sie bitte da drauf schießen, der näher an mir dran ist? Oh! Get owned! Oh mein, ey, jetzt fängt's an. Leon ist schon viel zu müde. Leon stirbt gerade innerlich. Keine Ahnung, ich hasse es, bei solchen Spielen Sachen zweimal zu machen. Das fackt mich einfach auf. Weiß es gibt so Spiele, da ist es nicht so schlimm, wenn du Sachen mehrmals machst und es gibt so Spiele da... keine Ahnung. Dann nervt mich das einfach. Äh, äh, ey! Alter! Ja! Töte ihn! Jetzt gib ihm hart! Jetzt! Was war das denn?! Traurig! Halt deinen Maul, Baby! Super! Es geht schon wieder los! Ja, ich hab irgendwie grad ein Deja Vu. Das ist der Auszug, den wir nehmen müssen. Ja, die Szenerie kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich glaub, die sind schnell. Meinst du? Ich weiß nicht. Oh. Ist ja unglaublich, was bewegt sich denn so? Ich glaub, es sind mehrere. Nichts bewegt sich so! Ah, äh, 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 äh. Äh, äh. Hilf mir. Der fette Berry. Der fette Berry. Ha! Oh. Nicht mehr, oh. Junge, die Scheiße ist einfach kackschnell und stark wie sonst was. Was? Wo ist da eine hin? Haha, das darf doch nicht wahr sein! Was, da muss hin? Wake, das ist übel! Das ist wirklich übel! Ich will das in demnächst mal machen. Komm! Ja! Oh, ja! Bitch! Ja! Niklas! Du Gott! Junge, die Dinger gehen so auf die Nerven. Bei Geheiz. Der kann man hier rubschleicht. Wow, ich glaube, das war's! Weiß, so ein fetter Typ mit Lichterkette und einer... ...wie in schroten Jacke. Versucht zu schleichen, Alter. Vielleicht hören die sch... Vielleicht... ...hören die ja. Geschafft! Ha! Geschafft! So, du meinst, die sehen so wie der Devil? Hm. Die sehen so nur Geräusche? Deswegen schadet ihnen auch Licht. Wake, rufen wieder an! Ich passe auf! Ich glaube, hier bewegt sich was! Was? Ja, das ist was anderes. Dadurch sehen die nicht, aber das fühlen die trotzdem. Alter, ich hatte die Flergarn noch. Das wäre richtig krass gewesen. Ich habe Flergarn nicht genutzt. Damit hätte sie eh nicht getroffen. Wahrscheinlich nicht, aber die haben einen großen Radius. Die mache ich mit der Flergarn fertig. Zeitlupe! Sie kommen! Wir müssen sie haben! Ja, sie kommen! Oh! Jetzt heiz den mal ordentlich ein! Wie klasse! Zeig den mal, wie der Hase läuft! Und wo der Hammer hängt! Ja! Soll ich ihn zeugen, wo der Hammer hängt? Ja! Kann sie ihm auch noch zeigen, wo andere Werkzeuge hängen? Aber... Das ist echt ein Lama schießt der Aufzug der Welt! Aber musst du nicht! Alter, Marbury! Was mein, schießt ihr überhaupt? Guck dir das an! Ist ihr überhaupt eine Knarre? Das hat doch die Flergarn! Eine Steckstrafen, die sie gewünscht sind! Du benutzt sie ja nur, wenn er voll in Panik ist, um damit in die Luft zu schießen! Oh! Hilfe! Oh! Schütter, rennt da noch nicht zu! Okay, naja, nein! Tschüss! El, drück den Knopf! Waa! Kann er halt einfach nicht alleine! El, drück den Knopf! Du stehst direkt davor, du... Alter, ist das eine Kamera da oben? Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm! Wie sieht der Plan aus, Wake? Das ist doch so eine übergroße Kamera! Ob sie etwas von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten! Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Könnte der Fahrspiel bitte noch etwas langsamer sein? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein! Äh, ja, er war real! Barry... Ich mag dich wirklich nicht! Du stehst vorsichtig, okay? Aber die Folge ist jetzt auch zu Ende! Aber das ist dein bester Freund! Oh Mann, ich hasse das! Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao!